Fußball heute mit den Wetttipps zum ersten Premier League Spieltag, Chelsea gegen Liverpool. Wenn du sicher gehen willst, dass du immer die besten Bonusangebote und Promotion-Aktionen bekommst, geh auf wetten.com. Beide sind ja sowas für die großen Verliere der vergangenen Saison. Die Quoten sind an diesem ersten Spieltag fast ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Gäste aus Liverpool. Der Sieg auf die Reds gibt eine Quote von 2,4, für die Celcianer als Heimsieg eine 2,9. Beim Unentschieden kriegst du eine 3,75 und da die Quoten ja hier beide über 2,0 sind, gehen die Buchmacher hier auch von einem engen Spiel aus. Wird es das wirklich? Schreib deinen Tipp gerne unten in die Kommentare, dann sehen wir, wie das Spiel ausgeht. Ich kann dir sagen, was ich davon halte. Und zwar denke ich, dass wenn man die Mannschaften vergleicht, wer denn bei den beiden Mannschaften auf dem Feld steht, dann kriegt man eigentlich ein recht gutes Bild, wer dieses Spiel denn zumindest nicht verlieren sollte. Dann haben wir zum einen die Gastgeber, den FC Chelsea. Und da spielt zum Beispiel ein Nikolas Jackson im Sturm. Den haben sich der FC Chelsea einiges kosten lassen. Der Senegalese kam in diesem Sommer von Villarreal für 37 Millionen. Sein Marktwert wird auf 29 Millionen beziffert, also weniger als er gekostet hat. Er ist erst 22, okay. Aber wenn wir uns seine Statistiken anschauen, die er in der La Liga in der vergangenen Saison hatte mit 26 Spielen und 12 Toren, dann sage ich, ja, vor dem muss jetzt unbedingt eine Abwehr des FC Liverpool auch nicht unbedingt zittrige Knie bekommen. Unterstützt wird Jackson mit, ja, Rahim Sterling, Kani, Chukwue Meka und Mihailo Madryk. Ja, genau. Aber das ist keine eingespielte Mannschaft. Und ein Enzo Fernandes, für den haben sie zwar über 100 Millionen hingelegt, aber das ist doch einfach noch, ja, auch nicht unbedingt viel besser als das, was Chelsea dann in der vergangenen Saison geleistet hat. Zudem ist Nkunku noch verletzt, hieß es, ob er spielt, ist fraglich. Und auf der anderen Seite ist Kai Havertz zum Konkurrenten aus Arsenal gegangen. Und auf der anderen Seite ist natürlich Liverpool eine eingespielte Mannschaft mit Van Dijk in der Abwehr, Konaté, Trent, Alexander-Arnold. Alles Leute, die sehr starke internationale Erfahrungen auch haben und mit der Alisson natürlich einen super Torwart haben. Dann im zentralen Mittelfeld bin ich gespannt, ob er wirklich spielt. Dominik Soroslay von Leipzig verpflichtet für auch an die 70 Millionen. Soll das, ja, die Sturmlinie mit Jota und Salah und Cody Gapko da unterstützen? Und das hört sich in meinen Ohren schon nach einer wesentlich schlagkräftigeren Truppe an. Oder wie siehst du das? Und deswegen gehe ich davon aus, dass Liverpool hier die stärkere Mannschaft sein wird. Nicht nur die etwas stärkere, sondern die, ja, relativ klar stärkere Mannschaft. Du kriegst eine 2,4 auf den Liverpool-Sieg. Es ist immer noch der erste Spieltag, klar. Also wir wissen nicht allzu viel, außer die paar Ergebnisse aus den Testspielen. Und da hat Liverpool immerhin gerade den SV Darmstadt mit 3-1 besiegt. Siehe da, während Chelsea ein 1-1 gegen Dortmund geholt hat. Klar, diese Bundesliga-Quervergleiche, die hinken. Außerdem ist in der Vorbereitung natürlich noch ein Jahresgold, was glänzt, wie der FC Bayern ja gezeigt hat. Zwar Liverpool geschlagen, aber dafür 3-0 gegen Leipzig verloren. Anderes Thema. Und nichtsdestotrotz, wenn man einfach nur auf die Spieler schaut, vertraue ich Klopp hier in dem Spiel mehr. Ich denke, Liverpool hat erneut eine schwerere Saison vor sich. Allerdings vielleicht nicht ganz so schwer wie Chelsea. Und der 2,4er-Sieg, okay, das könnte man machen. Aber die Quote ist noch relativ hoch. Und ich will hier, wenn ich dann drauf setze, einfach das Unentschieden absichern. Und das kann ich, wenn ich auf Draw No Bet setze, bekomme ich eine Quote von 1,73 bei Bet365. Ich sichere dir bis zu 100 Wettcredits bei Bet365 über den Link in der Videobeschreibung mit dem Code BONUSWET. Und das ist meine Wette für dieses Spiel. Ich habe da ein gutes Gefühl, dass Liverpool das nicht verlieren wird. Wenn sie unentschieden spielen, dann kriegen wir das Geld zurück und dann ist auch nicht viel kaputt. Funny Fact übrigens, die letzten vier Spiele zwischen den beiden Teams endeten 0 zu 0. Aber fallen in diesem Spiel Tore? Also wenn man davon ausgeht und die Serie anhält, dann eher nicht. Da wäre die Wette dann auf unter drei Tore bei einer Quote von 1,95. Aber das will ich nicht wetten, weil ich würde sagen, beide Treffen wäre eine Option. wäre eine Quote von 1,5. Das ist zu schlecht. Da ich von der Chelsea-Offensive nicht so viel halte, von der Liverpooler Abwehr aber schon, könnte ich mir auch vorstellen, dass Liverpool das auch zu 0 gewinnt. 1-0, 2-0 und dann wäre die Quote von 2,55 auf beide Treffen doch eigentlich besser als diese nur 1,5 auf beide Treffen. Und dann ist man am Ende noch auf Chelsea's Nikolaus Jackson angewiesen. Ich hoffe, er straft mich keine Lügen. Mein Ergebnistipp also hier in diesem Spiel 2-0 für die Reds aus Liverpool. Was sagst du dazu? Schreib deinen Tipp in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.